Heyo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Urks. Und ist eine ganze Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Universität und Krankheit sei Dank, ich bin noch nicht wieder ganz gesund, aber gesund genug zum Zocken von dem her. Wollte ich euch jetzt auch nicht länger warten lassen, weshalb wir jetzt hier in-game. Sind und ein bisschen weiterspielen. So, für alle die es interessiert, jetzt gucken wir mal, das können wir angreifen. Ja, für alle die es interessiert, ähm, krankheitstechnisch, irgendeine Hautkrankheit, Quaddeln, Urticaria, Nesselsucht. Äh, Entzündungswerte sind ein bisschen hoch, ansonsten alles andere ausgeschlossen, also scheint es nichts wirklich Ernstes zu sein. Aber halt nervig wie Sau, Juckreiz, Schmerzen in den Gliedern, solche Sachen, nicht schön. Also, Hautkrankheit klingt vielleicht nicht schlimm, kann aber unglaublich auf die Lebensqualität gehen. Naja, mal schauen. Wird schon irgendwie werden, ich bin zumindest nicht todkrank, zumindest weiß ich davon grad nichts. Und, wird schon irgendwie gehen. So, was haben wir hier? Tunnel. Tunnel. Die graben wir hier. Ähm, was gibt's? Oh ja, genau. Zack, zack. Obwohl, warte mal. Das macht mehr Sinn. Genau. So, ich erinnere mich, dass gesagt wurde, dass die Spinnenbeutel, diese, diese Beutel, äh, eigentlich für die Spinnen sind. Also nicht für die Spinnenreiter, sondern für die Spinnen selbst. Dann bauen wir noch ein paar Tunnel, ich muss jetzt gucken, wo ich angreife, weil, auf dieser Karte gibt es Türme. Türme bedeuten Schaden an Truppen. Und das bedeutet, dass ich eigentlich, ich glaub, ich könnte aber hier angreifen. Na, schauen wir mal. Gehen wir mal hin ans Tor, klopfen wir mal. Huhu sagen und dann mal schauen. Ne, weil, ähm, ich will natürlich keine Einheiten verlieren, klar. Und Türme haben gegen unausgerüstetes Zeugs ziemlich guten Schaden. Am Anfang des Spiels. Und deswegen mal gucken. Wo ist... Ah, ein Eomer. Da gehen wir gleich drauf. Der kann mächtiger Kampfraus... Oh, gut, das braucht es jetzt nicht. Ähm. Okay. Sieht gut aus. Der müsste jetzt sterben. Gibt gut Geld. Leider stackt das Räuberunwesen nicht mit der, mit der Plünderung, mit dem Plündern. Wäre aber wahrscheinlich auch viel zu stark. Deswegen sollte das einen nicht wundern. Durchs Tor sind wir schnell durch, glaube ich. Komm schon. Ja, es macht gut Schaden. Boah. Autschi. Mein Fuß. Alles klar. Okay. Ja, da war gerade irgendein kleiner Fehler. Hab vergessen, den Browser zu schließen. Und schwuppsdiwupps kamen random Geräusche, die es nicht geben sollte. Oh ja, schön die Erfahrung boosten, das gefällt mir. Und da wollen wir mal gucken. Wir können nämlich hier unten eine Orkhöhle bauen und wieder die Spinnen und dann noch die Trolle. Der Asok, der levelt ziemlich schnell. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Doch, der levelt wirklich sehr schnell. Ja, ist gut. Gibt gut Geld. Leveln ist auch sehr schön. Muss ich das Teil eigentlich zerstören? Nein, okay. Okay. Das haben wir auch zerstört. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt noch die Kluft. Und vielleicht noch ein paar Spinnen. Ich mag die Spinnen nämlich eigentlich. Eigentlich mag ich keine Spinnen, aber in dem Spiel sind es halt ziemlich nützlich. Äh, da habe ich ein paar Halbtrolle verloren. Das ist undünstig. Na, mal schauen. Die Brandbomb machen schön Schaden. Alles klar. Gut, hier brauchen wir noch ein bisschen. Ja, genau. Spinnengrube, Spinnengiftbeutel. Dafür werden sie sein. Na, passt schon. Und noch ein paar Tunnel. Ich muss erst mal wieder ins ganze Spiel reinkommen. Hier mit dem ganzen Zeug. Tunnel bauen. Tunnel auch benutzen. Oh, oh. Na, komm. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ah, wow. Die haben echt das Gebäude da zerstört. Nicht schlecht. Ja, gut. Nachdem das Rathaus oder was auch immer das fällt. Ziemlich einfach. Aber wir haben noch eine Schlacht, die ziemlich schwierig wird. Und da müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen. Das wird nicht einfach. Ich glaube, ich mache noch mal ein bisschen höher. Ein bisschen heller. So. Okay. Natürlich wieder speichern. Sehr wichtig. Okay. Und dann gehen wir hier rein. Und... Nein, automatisch darf ich nicht. Wem könnte denn das Land? Ich habe jetzt voll vergessen zu gucken. Verdammt. Ich glaube, das gehört mir. Soll ich es probieren? Es ist halt echt brutal, ne? Die Armee ist ziemlich stark. Von Gimli. Von weil er halt diese... Boah, ne. Achstypen hat. Spinnen drüber. Oh, mit Hexenkönig. Ich habe auch keine Feste und nix. Egal. Egal. Probieren wir es. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Und dann sei es drum. Dann mal gucken. Dann schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Oh, yes. Na, komm. Okay, ich werde sehr schnell... starke Einheiten brauchen. Das bedeutet, ich brauche eine Kluft. Okay. Die gehen dorthin. Die schießen. Die gehen dort lang. weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Okay, und die auf eins. Der ist aufgesessen. Sehr schön. Vielleicht sollte ich nicht. Vielleicht sollte ich eine Festung bauen, aber gegen vier Leute habe ich lieber wirklich Produktionskraft. Eine Festung ist nämlich einfach nur teuer. Eine Festung ist nämlich einfach nur teuer, braucht lange. Gebäude zerstören. Gebäude zerstören. Gebäude zerstören. Und dann rennen wir da rüber. Das könnt ihr zerstören. Okay, da hat's Gegner. Das baue mal auf. Das gehört uns. Das ist gut. Kluft erweitert. Ich kann doch nichts ausbilden. Bald. Bald. Bald müsste ich ausbilden können. Wo hat's Feuer? Oh. 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 Das ist nicht gut. Dann gehen wir da hoch. Oh. 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 Das ist auch nicht gut. Defensiv. Und dann auf jeden Fall ausbilden. Wo sind wir? Hier. Okay. Oh. Da ist der Gegner. Oh. Nein. 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 Die können den vergiften. Komm schon. Nicht sie weg hier. Sehr gefährlich. Sieht nicht gut aus. Ich hätte echt gern noch diesen Buff. Aber ich glaube ich kriege ihn nicht. Oh. 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 Den Baumeister. Den. sollte ich töten. Ähm. Bau mir noch eine Orgrube. Du sitzt mal bitte kurz auf. Haust ab. Ah. Da geht ein bisschen was. Okay. Oh. Haben die die Kluft zerstört bitte nicht. Nein. Puh. Okay. Okay. Ja. Das war eigentlich klar, dass er das nicht schafft. Dann bauen wir noch eine Höhle. Ich brauche unbedingt mehr Einheiten. Komm schon nochmal schön vergiften hier. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Okay. Der Sprung ist ziemlich schlecht. Wenn ich den Gimli töten kann, habe ich vielleicht hier eine Chance. Das muss ich mal gucken. Halbtrolle. Okay. Wieder einen Gang bauen. Oh 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 für mich. Aber ich gebe nicht auf. Ich probiere es weiter. Ich glaube, aber es wird nicht reichen. Ne, sieht nicht gut aus. Vielleicht kann ich ein bisschen kiten. Ich bin gerade voll dran am konzentrieren hier. Wo ist denn der Gimli? Da ist ja. Äh, Achtung, Achtung, Achtung. Ich bin eigentlich nur noch irgendwie irgendwas am machen. Ah, ich habe auch so einen schlechten Überblick hier im Düsterwald. Komm schon schön vergiften. Ja, genau. Okay. Da können wir noch bauen. Wo ist denn die Kluft? Die war hier irgendwo in der Nähe. Ach, da hinten. Ich brauche jetzt mal ein Sägewerk. Das sollte mein Einkommen ein bisschen verbessern. Oh, oh. Ist nicht gut. Oh, Troll, 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 Troll. Ah, ab in den Gang. Wo sind die? Hier. Und hier raus. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ja, genau da. Höhle, Troll, ab in die Höhle. Okay. Gegner. Dann lieber rein da. Okay. Die müssen da raus. Da hat's Gegner. Das heißt, die gehen in den Gang rein. Tunnel. Dann hier wieder raus. Ups, das war ein Baumeister. Sehr riskant den Baumeister da rauszunehmen. Und dann unbedingt da runter. Beziehungsweise dahin. Aber die gehen nach rechts. Oh, 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 oh. Komm schon. Gift, 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 Gift. Wollt's die Bogenschützen? Ah, ich brauche grad Bogenschützen. Oh, oh. Ah, nicht gut. Da hat's Gegner. Weiterbauen. Weiterbauen. Dune Lander. Die könnten mir helfen. Okay. Ab in den Tunnel. Bogenschützen, sehr gut. Auch ab in den Tunnel. Ab in den Tunnel. Sägewerk. Full Concentration Mode. Da rennen sie lang. Den raus, den raus. Hat's hier noch irgendwas? Ja, jetzt schon. Oh, 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 oh. Das sind meine Gegner. Das sind die, die ich gerufen hab. Das gehört mir. Ah, Mann. Ich muss endlich. Okay, ihr geht's da. Stressen. Ich muss endlich den Hexenkönig weghauen. Kluft, 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 kluft. Ja, 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 ja. Ich merk das schon. Wo? Oh, das ist nicht gut. Komm schon, Bogenschützi. Oh, kommt schon. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Wieder irgendwas zerstört. Das Gebäude gehört jetzt ihnen. Das ist sehr bedauerlich. Okay. Dann dorthin. Oh ja, sehr schön. Endlich hab ich Bogenschützen. Tötet's doch diesen blöden... Ja, genau. Wenn ich den Hexenkönig nur endlich wegbekommen würde. Das würde mir wirklich helfen. Ah, die zerstören mir alle Sägewerke. Ist nicht schön. Sägewerk. Da raus. Neues Sägewerk. Und dann dahin. Ist der jetzt endlich tot? Der lebt immer noch. Na gut, die machen halt auch einfach gar keinen Schaden mehr. Solange der lebt, habe ich richtige Probleme. Aber bald müsste er... Bald müsste er fallen. Es kann nicht mehr ewig dauern. Aber mir geht's Geld aus. Und das ist richtig problematisch. Komm schon. Noch ein Tunnel. Es bringt zwar kaum Geld, die Tunnel dort zu bauen, aber immerhin mache ich etwas. Okay. Ah, der wird gebaut. Sehr schön ausgerüstet. Ausgerüstet. Ja, 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 ja. Komm schon. Was ist denn der Hotkey für das Gift? P. Das ist ein furchtbarer Hotkey. Da bleiben die anderen Bogenschützen. Da sind neue Bogenschützen. Okay. Tunnel. Ja, 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 ja. Da kann man gleich... Wow! Nein! Natürlich! Klar. Kriegt man noch ein paar Bogenschützen? Ich muss zurück. Das geht nicht anders. Der zerstört mir halt eiskalt alles. Ja, der Feind findet mich. Oh Gott, ein Saruman. Ich glaube, ich baue euch hier noch einen Spinnenteil. Ich verteile mich so ein bisschen. Es sollte es ihm schwieriger machen, mich zu killen. Bogenschützen. Nach wie vor ist P. ein fürchterlicher Hotkey. Wo rennt ihr hin? Töte jetzt endlich den blöden Hexen-König. Na los, go, go, go. So, das da. Oh, da ist ein Gemü... Oh, verflixt. Nee, ein ganz anderer. Oh, verdammt. Wisst was? Komm schon! Töte jetzt doch endlich! Es kann nicht so schwer sein. Die Spinnen haben hier im Nächsten. Na, ganz toll. Dann bilde mal aus und bauen hier noch einen Turm. So, hier. Oh weh, die sterben jetzt alle. Was haben wir hier noch? Ist der Hexen-König jetzt endlich tot? Oh Gott. Ich glaube mal. Ich bin mir nicht sicher, aber... Oh, oh, oh. Wo ist denn hier noch Stress? Oh Gott. Ah, den töte ich. Was ist das? Klein? Dein. Sorry. Kenn mich mit Zwergen nicht gut aus. Ich muss unbedingt... Unbedingt... Den Mist wieder einnehmen. Die, die, die... Vorposten. Die brauche ich so dringend. Wo ist ein Spinnen-Mest? Wenn es da Spinnen hat, kann ich da nicht bauen. Das ist klar. Ja. Okay, dann geht der Baumeist jetzt dahin. Haben wir jetzt hier verteidigt? Ne, tötest den erst. Tötest den Dein noch. Dann noch ein Sägewerk. Dann baume hier noch ein Sägewerk. Ist der Dein jetzt tot? Ich glaube schon. Noch lebe ich. Und ich kriege wieder gut Geld. Also es ist noch nicht verloren. Ich kann das immer noch schaffen. Boah, tausend. Das kann ich mir nicht leisten. Ne Ramme. Oh, oh. Das ist sehr gut. Hier, hier die Dunedain. Oder was auch immer das für Viecher sind. Und einer rennt da lang. Habe ich hier irgendwo Spinnen? So schnelle Einheiten. Okay. Ah, den dahin. Einnehmen. Zerstören. Komm schon Elrond Stufe 2. Wie lange hält denn der durch? Nein, Tom. Oh mein Gott. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg. Weg. Jetzt. Kürzendlich mir. Nein, abgebrochen. Verdammt. Däh. Niemals alle Einheiten überall auf der Karte auswählen. Das ist ein ganz schlechter. Eine ganz, ganz, ganz schlechte Angewohnheit. So. Da drüben. Hier werde ich angegriffen. Okay. Das bedeutet für mich. Okay, okay, okay. Da. War so klar. Okay. Okay. Ah, der war da oben, ne. Dann bauen wir hier einen neuen Gang. Weil den scheint er gerade auch richtig zerstören zu wollen. Okay. Okay. Das Gebäude gehört mir. Sehr gut. Ah, wie wärs man wenn ihr... Komm schon. Kann nicht so schwer sein. Was ist denn da drüben eigentlich? Dann bauen wir da jetzt auch noch ein Türmchen. Spinnenreiter. Komm schon. Das überlebt der doch nicht. Ach, der hat die auch gerufen. Oh, verdammt. Dann überlebt das doch. Däh. Hilfe, Hilfe. Och, ne, 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 ne. So nicht. Rein da, rein da, rein da. eria, raus, 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 raus. Okay. Da haben sie noch was. Ich muss... Oh, verdammt, ich habe einen Baumeister verloren. Ich muss jetzt echt gucken. Wo ist noch ein Baumeister? Da ist einer. Okay. Oh, das sieht böse aus hier. Ich muss nämlich jetzt unbedingt gucken, dass ich den nicht verliere und bald eine Festung baue. Das Geld dazu hätte ich fast. Äh, ist also machbar. Oh, nee, unbedingt. Genau. Baumeister retten. Türmchen bauen. Geld einsammeln. Geld einsammeln. Geld einsammeln. Verdammt, war ich nicht schnell genug. Okay. Äh. Ich muss halt leider auch ausbilden, ne? Eigentlich sollten die Halbdrolle ganz gut gegen die Waage klarkommen. Was haben wir hier jetzt noch? Da hat's noch. Was hat's da? Da habe ich Gegner gesehen. Vermutet. Ach, du Heilige. Oh mein Gott. Die Zwerge rasten jetzt komplett aus. Das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Wenn ich weniger von diesem Müll ausbilden täte, könnte ich mir vielleicht eine Festung leisten. Noch mehr Ortenkrieger. Wo ist es denn, wenn ich meine Wiener bin? Äh. Warge. Oh, das sieht gut aus. Ja, die Spinnenreiter, die machen's. Okay, ich baue mir jetzt hier irgendwo eine Festung. Ah, das war dämlich. Das wollte ich nicht. Wieder rein. Festung. Habe ich hier irgendwo? Nein. Okay. Oh, nicht schon wieder was zerstören. Das ist alles ganz furchtbar. Halt, halt, halt. Das kann ich einnehmen. Kommt schon. Da geht doch was. Da geht's mal weg vom Feuer. Genau. Das ist eine gute Idee. Und macht's mal die blöden Katapulte hier kaputt. So, das nehmen wir ein. Ah, da ist schon wieder so ein blöd König. Irgendwas. Okay, aber ich bin noch im Spiel. Ich bin noch dabei. Ach, du heilige. Ach, verdammt. Oh, nee. Wenn die meine ganze Flanke dort zerstören, dann hab ich Riesenprobleme. Oh. Komm schon. Das muss ich hier. Oh, oh. Aber hier kann ich doch. Genau. Da hat's einen Katapult. Ich muss unbedingt mehr ausbilden. Hier in der Kluft. Das ist wichtig. Ja, 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 ja. Haut's mal die RAM kaputt. Ich weiß nicht, ob ich die RAM vergiften kann. Vielleicht sollte ich die Vorpost noch einfach nur zerstören. Aber das ist auch nichts. Okay, ab in den Tunnel. Okay, ab in den Tunnel. Das upgraden. Bei Zeiten mal. Die Festung braucht noch ein bisschen. Ich hab halt grad wirklich keine Produktion. Das ist mein Problem. Ich habe kein... Oh, dieser Typ aus Tal. Kann ich gegen den anstinken? Ich glaube nicht. Da, die überrennen ja hier alles. Was soll denn der Mist? Das sind die Gebäude unserer Feinde. Oh, das sieht ganz furchtbar aus. Festung ist fertig. Okay, das ist gut. Ach, du heilige. Wir rennen da einmal komplett durch. Ne, 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 ne. Warte mal. Kann ich nicht einen Helden ausbilden? Ja, 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 ja. Held ist gut. Helden ausbilden ist gut. Und dann... ...hab ich immer noch keine Ahnung, was ich tun soll. Solange der mir hier immer alles zerstört, hab ich ein Riesenproblem. Oh, langsam, langsam übermannt er mich. Dabei habe ich es so schön durchgehalten. Aber ich glaube, jetzt... ...habe ich bald kein... ...kein Momentum mehr. Ich kann nichts mehr aufbauen. Kann ich noch irgendwo anders was machen? Da muss doch noch irgendwas gehen. Das Sägewerk. Ja, genau. Wo waren die denn? Genau hier. Oh nein, nicht den Baumeister. Verdammt, verdammt, verdammt. Schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Okay. Wie haben sie das? Ne, haben sie nicht gekillt. Okay, gut. Ich glaube, ich baue noch eine Kluft. Oder noch eine Orkhöhle. Nein, noch eine Kluft. Das Geld dafür werde ich schon irgendwie bekommen. Da ist Gollum. Das ist zwar ein Nicer, mit dem kann ich gerade nichts... Oh, nee. Die haben zu viel Stuff. Das, die, die Ramme geht hier jetzt kaputt. Das ist gut. Komm schon, haut's doch den Mist kaputt, Mann. Das kann's doch nicht sein. Wird hier noch ausgebildet. Ja. So, und schon wieder habe ich ganz viel Geld. Ich muss mein Geld ausgeben. Nein! Die Kluft haben sie zerstört. Verdammt. Ist nicht gut. Dann bauen wir noch eine. Ich muss, ich muss... Okay, sind das meine? Nein. Haut's mal die düster Waldbogen-Schützen hier weg. Die sind nämlich immer sehr gefährlich. Weil die einfach enorm viel Schaden raushauen. Grabhügel mit Gangsystem. Ah, hier. Katapulte zerstören. Ja, die zerstören mir halt wirklich alle Gänge. Alter, vier Gegner sind zu viel für die Orks. Das schaffe ich nicht. Es ist unglaublich. Wie lange ich durchhalten konnte, aber... Letzten Endes, glaube ich, muss ich hier doch kapitulieren. Was extrem schade ist. Ja, lässt sich aber nicht ändern. Okay. Surrender. Machst nix. Die waren... Ja, ne, die waren viel zu schön. Schade. Schade. Ich hab zu lang gebraucht, um den Feind zu besiegen. Aber die Orks sind saustark. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich mit vier Leuten da... Naja, okay. Jetzt machen wir nochmal speichern. Wäre nämlich schade, wenn der abstürzt. Alles klar.